2009, 2010, 2011 waren quasi alle Networks bei uns und wollten uns kaufen, weil damals digital und Healthcare super spannend war, also digitales Marketing für Healthcare und das war genau unsere Positionierung und da würde ich schon sagen, waren wir einfach sehr vorne dabei in dem Markt und die wollten uns alle kaufen. Und witziger war, oder wir hatten eigentlich als Gründer immer so diesen Traum, der kommt, das machen wir doch, wir gründen jetzt hier eine Agentur und in ein paar Jahren verkaufen wir das ganze Ding und sind dann Millionäre. War mal der Plan und dann haben wir diese Gespräche geführt, haben uns mit Unternehmern ausgetauscht, die auch verkauft hatten und haben dann wirklich diesen Prozess, wir hatten mit einem Network schon den Verkaufsprozess gestartet, echt zu letzter Sekunde abgeblasen und sind dann in eine Reflexion gegangen, warum wir das jetzt gemacht haben. Also die Entscheidung hat sich total richtig angefühlt und sind dann in eine Reflexion gegangen, warum wir das gemacht haben und der Punkt war der, dass wir gesagt haben, all das, was wir jetzt auch schon an Kultur besprochen haben, das wäre kaputt gegangen in dem Moment, wo wir verkauft hätten. Weil in dem Moment, wo du zu so einem Network gehörst, ist halt die Eins nicht mehr das Thema Kundenzufriedenheit und die Zwei ist bei uns die Mitarbeiterzufriedenheit und die Drei ist die Rendite, sondern die Eins ist Investor und Wachstum, Revenue, Profit, wie auch immer. Auf jeden Fall eine wirtschaftliche Kennzahl und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, also die menschlichen Dimensionen, die stehen dann hinten. Und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller Markus Hanauer, heute bei mir hier im Markenrebell-Podcast. Ich freue mich sehr, Markus, dass du dir heute nochmal die Zeit genommen hast. Wir haben ja schon ein Vorgespräch geführt und freue mich jetzt umso mehr, dass es nochmal in so eine zweite oder eine Verlängerung eigentlich geht. Hi Norman, danke dir und ich freue mich auch sehr hier zu sein. Danke. Sehr cool. Wo bist du gerade? Ich sitze an meinem Platz im Büro in Erlangen. In Erlangen. Sehr gut. Ich habe einen Zettel hingeschrieben an die Tür, weil ich kein Besprechungstimmer mehr gekriegt habe. Leise Interview. Schauen, wie es klappt. Wie oft kommt das vor? Ich sitze hier mit den anderen GFs zusammen. Wir sind vier Geschäftsführer. Und ich weiß von zweitens, dass die eigentlich so ein fast ganztages Workshop sind. Aber es kann schon mal sein, dass die mal zwischendurch hier reinkommen. Aber die werden das schon beachten, mein Post-it. Sonst hätte ich die auch kennen Norman gleich. Wollte ich gerade sagen. Wenn die reinkommen, dann müssen sie einfach Teil der Show werden. Absolut. Das bauen wir dann ein. Weil das liebe ich am Podcasten, dass es so authentisch wie möglich ist. Deswegen ist das mega cool. Dann hoffe ich auf eine Unterbrechung. Gut. Genau. Jetzt hast du schon gesagt, vier Geschäftsführer. Vielleicht fangen wir dort an, dass du dich nochmal selbst kurz vorstellst. Gerne auch ein bisschen länger. Wer bist du als Privatperson und was genau machst du beruflich? Okay. Also ich bin Markus, bin 42 Jahre alt. Wir haben drei Kinder, zwei Mädels, acht und sechs Jahre alt und noch einen Jungen jetzt, fünf Monate alt. Oh, schön. Ja. Ich habe noch nicht auf deine fünf Kinder geschafft. Aber wir lassen es jetzt auch dabei so. Aber ich weiß, wie es dir geht mit fünf Monaten Kind. Weißt du? Ja, ja. Jetzt glaube ich, dass du es gut nachherfinden kannst. Genau. Ja. Und ja, also mein Kern habe ich formuliert mit Gemeinschaft schaffen. Das ist das, was mich antreibt im Privaten als Familie. Das ist das, was mich antreibt mit meinen Freunden, mit dem Freundeskreis. Und das ist das, was mich auch in der Arbeit hier antreibt. Wie gestalten wir Gemeinschaft, also Beziehungen mit unseren Kunden, mit unseren Partnern und natürlich auch hier im Team untereinander. Und wir sind eine Firma mit 60 Leuten, sitzen hier im beschaulichen Erlangen. Ich komme auch hier aus der Gegend. Es ist also nicht weggeschafft. Warum habe ich es nicht weggeschafft? Ich habe direkt im, nach meinem Zivi war ich total, hatte ich total Bammel, weil ich nicht wusste, was ich machen will. Meine Eltern sind beide Lehrer und mir war klar, ich will kein Lehrer werden. Aber ich hatte aus der Schule echt wenig Orientierung so bekommen, was es da für Jobs gibt und Möglichkeiten gibt. Und ich hatte irgendwie Angst, ein Studium zu wählen, wo ich danach realisiere, oh Gott, jetzt hänge ich hier in einem Job drin, den ich eigentlich schrecklich finde. Und dementsprechend habe ich dann ein Praktikum gemacht bei Siemens. Das war auch ganz witzig. Ich habe einen Vater von einem Kumpel von mir angefragt, ob er mir helfen kann, eine Bewerbung zu schreiben. Dann haben wir da zwei Abende Bewerbung geschrieben für dieses Praktikum und am Ende des zweiten Abends sagt er, Markus, willst du nicht das Praktikum bei mir machen? Und dann sage ich, ja, was machen Sie denn, Herr Kickhut? Ja, ich bin hier Marketingleiter bei Siemens Medizintechnik. Und dann habe ich da angefangen, habe sieben Monate Praktikum gemacht und habe denen, ich habe einfach super viel Zeit in meiner Jugend mit dem Rechner verbracht, gezockt und programmiert. Und konnte da einfach ein paar digitale Sachen, die die anderen Leute dort noch nicht konnten in der Abteilung, habe denen geholfen, digitales Marketing, so die Anfänge zu machen. Das war 1997. Und daraus hat sich eine Werkstudententätigkeit dann entwickelt und ich habe im ersten Semester ein Gewerbe angemeldet. Und im dritten Semester war das so viel. Ich habe so meinen halben Freundeskreis eingespannt, weil ich ja viele Nerdkumpels auch hatte, die alle irgendwie ganz gut waren mit dem Rechner. Und wir haben dann irgendwie das komplette Intranet umgebaut von so einer riesengroßen Siemens-Abteilung. Und das wurde dann als bestes Intranet gewählt, obwohl die anderen halt irgendwie von Accenture oder irgendwie Publicis und so gemacht wurden. Und dann haben sich die Aufträge bei uns überschlagen. Ich habe jede Nacht nur noch gearbeitet, war noch ein bisschen in der Uni. Das war aber echt eher Alibi im dritten Semester. Und dann habe ich eine Gürtelrose bekommen mit 21. Stress. Und dann war es irgendwie klar, jetzt muss ich mich entscheiden, mache ich jetzt Studium oder Uni und Studium oder die Firma und habe mich dann entschieden, ich lasse das mit dem Studium und gründe eine GmbH mit Freunden zusammen. Weil ja auch klar war, wenn es schief geht, dann kann ich ja immer noch irgendwie in drei Jahren wieder studieren. Und wir hatten nicht ein hohes finanzielles Invest. Von daher war das risikoüberschaubar. Ja, und jetzt mache ich das seitdem. Also es ist nicht schief gegangen, obwohl es einige Stellen gab, wo es richtig knapp war. Können wir gerne auch drüber reden. Finde ich nämlich auch spannend, weil da super viel Lernen auch drin gesteckt hat für mich und für uns. Und jetzt machen wir das 20. Letztes Jahr wurden es 20 Jahre Spirit Link. Auch krass, ja, für mich dann irgendwie zu sagen, 20 Jahre mache ich das jetzt. Und wir sind jetzt eine Healthcare-Agentur. Das heißt, wir sind eine Kommunikationsagentur rein für die Gesundheitsbranche. Das heißt, unsere Kunden sind so Siemens weiterhin, also der Praktikumswerkstudentenkunde ist weiterhin unser größter Kunde. Wahnsinn, das musst du erst mal machen. Witzig, ne? Ja, Wahnsinn, sehr cool. Das ist echt lustig. Schön. Und es ist auch so schön, diese Verbundenheit mit diesen Kunden seit 20 Jahren. Ja, Wahnsinn. Und daneben haben wir einfach dann Kunden aufgebaut wie Novartis, Roche. Also wirklich großen Pharma- und Medizintechnik-Kunden für die Arbeit machen. Was muss ich mir vorstellen? Was macht ihr da genau? Wir machen für die Marketing und war wirklich vorne schon strategisches Marketing. So eine Standardaufgabe für uns wäre, der Kunde sagt, er will ein neues Produkt auf den Markt bringen, global oder in einem Land. Und bei den globalen Launches helfen wir den Kunden rauszuarbeiten, was die Marke des Produktes ist. Also wir helfen denen, Differenzierung rauszuarbeiten, Positionierung rauszuarbeiten, eine Story zu entwickeln, die der Vertrieb dann erzählen kann und die sie in ihrer Kommunikation verwenden können. Das ist ganz viel gemeinsame Arbeit mit den Kunden, ganz viel Workshops und ganz viel Methodik. Und später, wenn das rum ist, also wenn die Positionierung sauber ist und eine schöne Story steht, dann helfen wir den Kunden, das in die verschiedenen Kanäle zu bringen. Und da haben wir einfach die Philosophie, wir machen halt die Sachen, die wir echt selber gut können. Und bei den anderen Themen setzen wir Partner ein. Also wir drehen zum Beispiel selber keine Filme. Da arbeiten wir einfach mit verschiedenen Profis aus ganz Deutschland zusammen. Oder wenn es jetzt um Messebau geht, da haben wir keine Ahnung von. Wir bilden dann eher die Schnittstelle zu Profis und schauen dann, dass wir mit denen gemeinsam diese Kernmarke beleben auf den verschiedenen Kanälen. Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Wir sind 60. 60 Leute, so ordentlich. Und so ein ganz buntes Team eben. Also wirklich, wir haben Ärzte bei uns fest im Team, weil wir eben rein für Healthcare arbeiten, vier Ärzte. Informatiker, wir haben Designer, wir haben Kommunikationspsychologen, wir haben Psychologinnen, wir haben Biologen. Wirtschaftsingenieure, also ganz bunte Mischungen. Das ist echt cool bei uns, weil die Leute auch dementsprechend unterschiedlich sind. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Ich meine, wenn ich mir überlege, der Unterschied zwischen dem Arzt und dem Informatiker, allein von dem Persönlichkeitsbild her, aber auch vom Handling in Projekten. Also ich erinnere mich, hochkomplexes Projekt zum Thema künstliche Intelligenz und Blockchain, da hast du mit Mathematikern zu tun. Das ist ein eigenes Volk. Das könnte auch ein eigener Planet sein. So ganz andere Erdanziehungskräfte, die da wirken. Wie macht ihr das? Weißt du, und ich glaube, das ist genau das, was mich reizt, wenn wir jetzt so zurückkommen auf das, was ich gesagt habe, Gemeinschaft schaffen. Ich finde das halt spannend. Wie können wir ein Umfeld hier schaffen oder wie kann ich als Unternehmer ein Umfeld schaffen, wo das funktioniert? Und das hat ja ganz viel damit zu tun, dass die Menschen so sein dürfen, wie sie sind und gleichzeitig auch lernen über den anderen Menschen, wie der ist. Also da setzen wir Methodiken ein, also wir setzen ganz viele Methoden ein, um überhaupt mal die Gemeinschaft zu fördern und zu schaffen. Damit die Menschen sich als Menschen begegnen können und nicht als Rollen oder halt irgendwie als Kunstobjekte. Kann ich dir auch gerne noch was erzählen, wenn du willst. Und das andere ist zum Beispiel, wenn ein Projekt losgeht, dann machen wir wirklich so eine Verantwortungsklärung, wo dann die Leute im Projekt untereinander aus ihren unterschiedlichen Perspektiven drüber reden, wer will denn eigentlich hier welche Verantwortung nehmen und welche auch nicht. Und wo liegen vielleicht noch Verantwortlichkeiten rum, wo alle irgendwie sagen, oh Mist, das liegt jetzt irgendwie rum. Eigentlich hat gerade keiner Bock, aber wir müssen es machen, weil wir es für den Projekterfolg brauchen. Und so eine konsequente Verantwortungsklärung sorgt zum Beispiel auch, dass Missverständnisse früh erkannt werden und dann gar nicht erst passieren. Jetzt sprichst du ja was an, was für viele, viele Unternehmen immer wieder eine Herausforderung ist. Also es gibt nicht so dieses, am Anfang war es schwer, sondern es ist eigentlich immer eine Herausforderung, immer eine gewisse Challenge. Thema Unternehmenskultur. Kannst du uns so ein bisschen Einblick geben, du hast jetzt schon gesagt, wie ihr in Projekten damit umgeht. Wie ist bei euch so ein Tagesablauf oder wie begegnet ihr euch? Gibt es irgendein Wertemodell, irgendeinen Kodex bei euch oder wie macht ihr das? Also wir haben unsere Werte im Team herausgearbeitet, ich glaube, das ist jetzt schon sechs Jahre oder sowas her und auch runtergeschrieben. Kann ich auch gerne dir das PDF zuschicken und können wir in die Show Notes packen, wenn du willst. Sehr gerne, super, ja. Das ist so ein Dokument, ich bin mittlerweile, was jetzt diese reinen Beschreibungen der Werte geht, finde ich das mittlerweile nur noch so mittelmäßig, aber wir haben zu jedem Wert so zwei Geschichten drunter geschrieben. Das waren echte Geschichten, die passiert sind und diese echten Geschichten, die beschreiben einen Wert gut. Also weißt du, wenn ich jetzt so einen Wert nehme wie Vertrauen, also wir vertrauen einander, dann kann ich da irgendwie einen abstrakten Text zehn Zeilen zuschreiben und dann sagt jeder so, ja, ich vertraue auch. Das ist, glaube ich, echt relativ leicht, aber wenn du konkrete Geschichten hörst, wo jemand sagt, oh, das war echt schwierig für mich und die, ich nehme jetzt irgendeinen Namen, die Michaela hatte damals gesagt, sie würde gerne das übernehmen und ich war mir echt unsicher, ob sie es eigentlich kann oder nicht. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, ihr zu vertrauen und für mich stand aber das und das auf dem Spiel. Dann wird es plötzlich anfassbarer, ob es wirklich ein Wert ist oder nicht und dann ist es nicht mehr so leicht für Leute zu sagen, das würde ich auch so machen und das meinen die also mit Vertrauen. Also das kann ich gerne mal dir zukommen lassen, das Dokument. Ja, bitte, super, cool. Na ja, was, also der Kern bei uns ist schon Vertrauen. Ich schaue mittlerweile wirklich auf Organisationen und wir haben natürlich auch über unsere Kunden mit ganz unterschiedlichen Organisationen und Abteilungen zu tun oder auch mit anderen Unternehmern, mit denen ich mich unterhalte und für mich ist im Kern wirklich erstmal immer diese Frage, ist das eine Vertrauenskultur in der Organisation oder ist das eine Kontrollkultur? Und da gibt es halt wirklich auch Menschen, weil das hängt, glaube ich, echt mit deinem Menschenbild zusammen. Also habe ich das Gefühl, dass irgendwie hinter jedem Busch ein Kobold sitzt und ich einfach im Schnitt, während andere mich immer ausnutzen und mich betrügen, dann ist doch logisch, dass ich in die Kontrollkultur reingehe und mir auch in meiner Organisation so eine Kontrollkultur aufbaue. Absolut. Und für uns ist es halt, mein Menschenbild ist das halt nicht und deswegen haben wir halt bei uns eine ganz, ganz starke Vertrauenskultur und bei uns gehen hier Angebote raus über 10 Prozent unseres Jahresumsatzes. Die sieht keinen Geschäftsführer. Die schreiben die Leute selber, weil wir holen gute Leute und wir vertrauen denen und dann können die auch wachsen untereinander und die dürfen auch schöne Fehler machen hier. Das ist alles fein. Anderes Thema ist so Konfliktbereitschaft. Ein Thema, wo wir nie fertig sind und wo ich auch gerade sogar ein bisschen denke, da sind wir nicht so cool, wie wir vielleicht schon mal waren. Trotzdem ein schönes Beispiel von einer Kollegin von mir. Ich glaube, ich gebe dir eher so Storys, um die Kultur rüberzubringen. Ich glaube, es ist besser, als wenn ich dir zehn Werte aufzähle, weil ich glaube, es bringt dir und den Hörern nichts. Eine andere Story wäre von der Jacqueline, eine Kollegin von mir, die macht unser Personal. Die hat mir Ende letzten Jahres ein Feedback, Ende vorletzten Jahres ein Feedback gegeben und sie hat gesagt, Markus, ich habe ein kritisches Feedback für dich. Und jetzt kannst du ja sagen, naja, dann hat die halt irgendwie in zwei Sätzen mal erzählt, was ihr nicht passt. Die hat ja auf vier Seiten drunter geschrieben, was sie alles gerade stört. Und es war ganz viel, was ich falsch gemacht habe, aus ihrer Sicht. Oder wo ich Fehler gemacht habe. Und wir haben zwei Stunden dann dazu gesprochen. Die ist 30. Und dann haben wir zwei Stunden dazu gesprochen. Das waren wirklich so Sachen. Markus, ich finde die Prioritäten, die du da gesetzt hast, total unklar. Markus, ich finde bei der Kommunikation an der und der Stelle hast du echt Fehler gemacht. Da kam das und das rüber. Und ich glaube, du willst das nicht. Aber das kam so bei vielen Leuten an, die ich gehört habe. Und das finde ich schon einfach eine schöne Story für unsere Kultur, weil die auch sagt, eine Mitarbeiterin kann einfach hier zu mir kommen und mir so ein Feedback geben. Und ich setze sie da nicht vor die Tür, sondern ich bin halt mega dankbar, weil das halt so geil ist für mich, wenn ich so ein Feedback kriege. Weil natürlich mache ich irgendwie Mist auch mal zwischendrin. Und dann brauche ich natürlich Leute wie die Jacqueline und andere, die mir dann sowas spiegeln. Aber bevor wir da so schnell mit dem Düsenjet drüber fliegen, ich muss natürlich auch in der Lage sein, das anzunehmen. Also muss natürlich auch in der Lage sein, zu sagen, okay, ich setze mich jetzt da hin und schaue mir vier Seiten an. Also das ist ja schon ordentlich. Wie wichtig ist für dich ganz persönlich so die persönliche Entwicklung, dass du daran wachsen kannst? Also dass du das nicht hernimmst, um dann vier Seiten als Gegenargumente zu bringen, sondern dass du das sagst, hey, das nehme ich jetzt erst mal auf. Ich glaube, das, was du ansprichst, ist, der Kern meiner Reise hier als Unternehmer war Persönlichkeitswachstum. Ich hätte da früher anders reagiert. Ich habe früher zum Beispiel auch auf Kündigungen anders reagiert. Ich war immer persönlich gekränkt, wenn jemand gekündigt hat. Das gehe ich auch mittlerweile ganz anders mit um und denke viel mehr in Passung und in Zeit und denke da viel langfristiger und interpretiere das halt nicht gegen mich. Aber da musste ich halt erst hinkommen. Also es sind wirklich Themen wie Selbstliebe entwickeln. Besser reflektieren, was ist jetzt irgendwie, was passiert denn da eigentlich gerade? Das sind Kompetenzen, die ich aufgebaut habe, wie das ganze systemische Denken, finde ich extrem wertvoll, um auf Zusammenhänge zu schauen und Ereignisse zu schauen. Und wie du sagst, genau, es war viel, viel Persönlichkeitsentwicklungsreise, um dann so mit den Sachen umzugehen. Und dann kann ich die als ein Geschenk nehmen. Und dann ist sowas für mich viel mehr Wertschätzung, wenn ich sowas von der Jacqueline bekomme, als wenn sie mir einfach nur ein umfangreiches Lob gibt. Weil es sind wirklich für mich diese Beziehungen, auch Freundschaften, natürlich ist das andere auch schön und auch wichtig. Aber das sind schon die Sachen, die für mich eine Beziehungsqualität ausdrücken, die nochmal tiefer geht als jemand, der mich ständig lobt. Ja, jetzt hört man natürlich raus, es ist natürlich auch schon ein Level, ein besonderes Level, was ihr erreicht habt. Weil was ich so eher in den Unternehmen sehe, ist, dass die Kommunikation fehlt. Ja, oder dass eher so in Gruppenbildungen dann Meinungen existieren, die eigentlich nicht öffentlich, im Unternehmen öffentlich gemacht werden. Was ich auch immer wieder sehe, und das höre ich bei dir auch gerade raus, ist das Thema Kommunikation. Wie fördert ihr die Kommunikation? Vielleicht welche Tools setzt ihr ein? Und vielleicht nochmal so der Blick nach außen. Wie kommuniziert ihr auch mit euren Kunden? Okay, also interne Kommunikation gibt es natürlich in Persona und dann auch eine digitale Form. Digital nutzen wir Teams in ganz unterschiedlichen Kanälen, auch mit unterschiedlichen Intensitäten. Und für die Kommunikation sonst intern setzen wir einfach viel auf Transparenz. Also wir haben insgesamt das Ziel, dass die Leute sich sehr eigenverantwortlich verhalten können. Und das, was ich auch vorhin gesagt habe, mit den großen Angeboten, die einfach rausgehen. Da verbrauchen die Leute einfach viel Informationen und Transparenz. Und da haben wir so ein Format zum Beispiel, also wir haben ein wöchentliches Surefix, wo es immer Updates gibt für die Leute. Ganz ein witziges Format sind unsere Pizzarunden. Wir machen alle drei Monate so eine Pizzarunde. Und da gibt es auf der einen Seite mal alle Zahlen von uns. Also wirklich so Auftragseingang, Umsatz, Kosten, Gewinn. Ja, Entwicklung der Kundenzufriedenheit ist unser wichtigster Indikator übrigens, die Kundenzufriedenheit. Wie messt ihr denn? Den messen wir nach jedem Projekt. Kann ich auch gern schicken, den Bogen. Das ist einfach ein Gespräch, was typischerweise ich oder einer der anderen Geschäftsführer mit den Kunden führt. Oh cool. Das ist wirklich eine unserer wichtigsten Sachen. Einfach konsequent nach jedem Projekt so ein Feedback-Gespräch mit dem Kunden führen. Aber immer anhand eines Bogens, der uns und den Kunden auch in die Situation zwingt zu entscheiden. Ja, war ich jetzt sehr zufrieden oder war ich nur zufrieden? Und dann messen wir es über den NPS und wir sagen halt, Net Promoter Score 66% ist unser Ziel. Und wir sind jetzt irgendwie gerade auf, letztes Jahr waren wir auf 73% und dann wissen wir halt, ja das ist cool. Wir haben da draußen viele Fans und das ist eben unser wichtigster Indikator. Sehr geil. Vor allen Dingen, weil du sagst Fans. Ich finde das immer sehr cool, wenn du sagst, wie klappt du die Arbeit mit euren Kunden und du hörst dann so ein Gut. Das ist wie, wenn dein Kind kommt aus der Schule und fragst, wie war es gestern im Auto wieder, wie war es in der Schule? Ja, ganz okay, war gut. Stell dir mal vor, dein Kind würde sagen, du Papa, es war episch. Weißt du, du hättest ja ein ganz anderes Bewusstsein auf diese Situation. Und würdest sagen, was ist denn da los? Wo kommst du her aus der Schule? Geil. Ja, aber dieses Fans, also zu Fans machen, finde ich auch sehr cool. Ja, also das machen wir wirklich schon lange und ist wirklich einer unserer wichtigsten Prozesse, weil wir da auch wieder natürlich Feedback kriegen. Also es gibt Kunden, die teilen uns auch während dem Projekt Dinge mit, die schief laufen. Es ist klar, wenn die Verbindung gut passt. Aber wir können ja nicht von allen Kunden die Kultur erwarten, die wir bei uns haben. Und dann gibt es einfach auch Kunden, die dann zum Schluss in so einem Feedback-Gespräch mit mir dann sagen, ich fand das schon schwierig, das. Und dann kriege ich es zumindest mit. Und das ist gar nicht, dass ich dann da an der Stelle verteidige, sondern ich sage den Kunden, dass ich dankbar bin, dass sie mir sowas spiegeln. Und ich mache dann auch auf, dass sie auch gerne in Zukunft, wenn sie nochmal mit uns zusammenarbeiten wollen, dem Team auch zwischendrin auch schon solche Feedbacks geben können, dass die Leute bei uns da fit drin sind, sowas gut anzunehmen und dann nicht irgendwie verteidigen zu reagieren. Und da lernen wir halt total viel draus. Solche Reviews zum Beispiel, wir machen da 70 Stück pro Jahr ungefähr, die werden dann auch jede Woche im Jurfix wieder vorgestellt. Also wenn dann so ein Review rum ist, dann wird das Projekt vorgestellt im Jurfix vor dem ganzen Team und dann kommt eben auch das Kundenfeedback dazu. Würdest du sagen, dass die Wirkung eurer Unternehmenskultur auch abstrahlt? Also du hast vorhin gesagt, das Thema Gemeinschaft bilden, da steckt ja auch Mannschaft drin in dem Wort. Also dieser Zusammenhalt auch mit den Kunden zusammen eine Einheit zu bilden. Würdest du sagen, dass das merklich ist für die Kunden, dass die das auch von euch irgendwie auch erwarten, wenn sie euch länger kennen? Ja, bei den Kunden, die das wollen schon. Und wir haben halt mit den Kunden, mit denen das klappt. Das sind dann ganz oft ganz langjährige Beziehungen, wo wir unglaublich starke Teams mit dem Kunden formen und wo wir dann auch geile Sachen zusammen halt erzeugen. Das merkst du halt auch. Das ist genau das, wenn du ein geiles Team dann bist, dann kannst du halt auch den geilen Scheiß raushauen. Und wir haben aber manchmal auch Kunden, das ist dann aber meistens eher eine temporäre Sache, wo wir am Anfang versuchen wir wirklich so eine Passungsklärung auch hinzukriegen. Also mit dem Kunden, wir lehnen halt auch Projekte konsequent ab, wenn wir merken, der Kunde passt nicht zu uns. Und es gibt halt Kunden, die wollen zum Beispiel oder brauchen auch für ihr Business einfach Werkbankagentur. Und das sind wir nicht. Ja, also die brauchen dann jemanden, der ist hauptsächlich schnell und hauptsächlich günstig und zuverlässig. Das sind wir aber nicht, weil da haben wir andere Leute für angestellt. Und dann sind wir eigentlich die Falschen. Und das ist halt schade, wenn wir das nicht früh genug mitbekommen, dann können wir den Kunden nämlich nicht ablehnen, sondern dann merken wir im Fall, oh, jetzt reibt es aber die ganze Zeit. Und wir wollen eigentlich mit dem Kunden besser in die Auftragsklärung reingehen, nochmal tiefer die Ziele verstehen, nochmal tiefer überlegen, ob der Ansatz überhaupt der richtige ist. Der Kunde sagt, nee, bitte mach jetzt einfach nur. Und das sind ja genau dann Dinge, wo du dich halt gegenseitig zerreibst und dann merkst, Mist, wir haben einfach nicht zusammengepasst an der Stelle. Wir waren die Falschen. Und ich hätte ihm lieber jemand anderen empfohlen, als das Projekt mitzunehmen. Ich denke, das ist auch eine der größten Herausforderungen, wenn du in die Zusammenarbeit gehst, das auf die menschliche Ebene runterzubrechen. Also, dass du sagst, okay, jetzt machen wir mal die Schale ab und sagen, okay, Spirit Link, nach 20 Jahren können wir die Kompetenzen voraussetzen. Dann gehst du weiter und sagst, okay, das sind die Leistungen. Okay, wir haben uns über den Preis geeinigt. Und dann kommst du ja irgendwann auf die menschliche Ebene und hast dann meinetwegen Projektverantwortlichen auf eurer Seite und den Ansprechpartner auf Kundenseite. Und die beiden müssen ja auch chemisch, biochemisch miteinander arbeiten. Und wenn das schon nicht hinhaut, also wenn diese Beziehung, diese Gemeinschaft nicht hergestellt werden kann, dann passiert ja genau das. Genau, man kann alles andere fassen und trotzdem funkt es nicht und es kommt nichts Geiles raus und der Kunde ist nicht zufrieden und unser Team ist nicht zufrieden. Genau. Wie schafft ihr diese Markenerlebnisse? Also mit Markenerlebnissen meine ich jetzt nicht so sehr mit eurer Unternehmensmarke, sondern eher so auf der Eigenmarke eurer Mitarbeiter. Gibt es irgendwelche Rituale, die ihr vielleicht macht, dass ihr zum Beispiel sagt, zum Kick-Off bringen wir eine Torte mit oder wir gehen essen oder so. Gibt es da irgendwas? Um dann so besondere Erlebnisse mit den Kunden zu erzeugen. Da gibt es keine Rituale. Es gibt einfach viel Freiräume dafür. Und eben genau, ich glaube, das Wichtige ist dieses Wissen. Naja, unser wichtigster Indikator ist die Kundenzufriedenheit. Das heißt, wenn wir Möglichkeiten haben, da was richtig Cooles für den Kunden zu machen, dann tun wir das auch. Das sind zum Beispiel Verabschiedungen von Kunden. Wenn ein Kunde von uns jetzt in Mutterschutz zum Beispiel geht oder wir wissen, die Person verlässt vielleicht das Unternehmen und geht komplett aus der Branche raus oder sowas. Wie drückt man nochmal uns Dankbarkeit aus? Und dann basteln die Teams halt selber irgendwelche Sachen oder machen irgendwelche Fotos, weil wir sind in einem sehr High-Compliant-Umfeld unterwegs. Also wir können unseren Kunden quasi gar nichts zukommen lassen. Finde ich auch total fein. Das heißt, das braucht eher so kreative Geschenke als irgendwelche Sachgeschenke. Und das finde ich aber sowieso, also die Menschen freuen sich ja viel mehr über dieses Menschliche als nochmal über das nächste irgendwie Buch oder irgendwas. Oder die nächste Klasche Wein. Und das ist echt schön, weil die Leute denken sich da wirklich bei uns Dinge aus für die Kunden, die ihnen halt ans Herz gewachsen sind. Und das andere, was wir sonst halt machen, ist wirklich auf der Markenebene zu sagen, okay, wir sind ein Premium-Dienstleister. Und zum Beispiel jetzt auch in dem Bereich Projektmanagement. Du warst ja früher auch mal in der Agenturbranche. Da ist ja Projektmanagement oft so ein lästiger Anhang oder aus Kundenperspektive eigentlich super wichtig, weil du halt sonst als Kunde das Gefühl hast, ich laufe meiner Agentur hinterher und ich muss die kontrollieren. Und wir haben halt gesagt, Projektmanagement ist aus der Kundenperspektive super wichtig, dann lass uns da Exzellenz sein. Und diese PM-Exzellenz ist ein Differenzierer, den wir von anderen Agenturen haben. Und dementsprechend geben wir zum Beispiel unseren Kunden so ein Serviceversprechen. Das sind zehn Punkte, die haben wir mal aus einer Kundenperspektive formuliert und checken die auch immer wieder, ob die noch die richtigen sind, auch mit Kunden erarbeitet. Und da stecken so Sachen drin, wie sie erhalten jede Woche von uns einen Statusbericht. Und das lieben die Kunden zum Beispiel. Also jeden zweiten von diesen Projektfeedbacks, von denen ich vorhin gesprochen habe, sagt der Kunde mir, Herr Hanna, also diese Statusberichte sind halt mega wertvoll für mich, weil ich habe halt hier zehn Projekte am Laufen und dann habe ich schon mal die Projekte mit Ihnen, habe ich einfach eine gute Übersicht diese Woche. Wo steht das denn? Wie ist das Budget? Was muss ich eigentlich machen? Wo muss ich eigentlich einem Kollegen hinterherlaufen? Das ist top. Also mir fallen zwei Sachen ein, weil mir ging es damals genauso. Der Kunde muss sich unter Umständen einem Team zeigen mit seinem Projekt oder einen Report ablegen. Und dann hat er das von euch gleich convenient fertig in der Hand. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch auf eurer Seite genial, weil ihr natürlich in der proaktiven Rolle seid und nicht in der reaktiven Rolle. Ja, perfekt. Genau. Also uns bringt es auch zu, zwingend in die Übersicht, das einfach jede Woche zu machen. Wir passen es mit den Kunden an. Wenn Kunden sagen, ich brauche es eigentlich nur alle zwei Wochen oder ich brauche es eigentlich nur ganz, ganz knapp, dann passen wir das halt an. Und das passen wir einfach dem Kunden an, wie er es will. Oder es sind andere Versprechen drin, wie wir halten das Team gleich. Also ihr Kernteam bleibt gleich. Weil das erlebst du ja auch oft bei Agenturen, da hast du am Anfang so das Premium-Team und wenn du einen Auftrag gewonnen hast, dann kommt irgendwie halt das C-Team. Also wir haben jetzt auch keine C-Leute bei uns, aber das wird halt bei vielen Agenturen leider gemacht und bei uns bleibt halt das Team gleich. Also bei uns pitcht auch eher das Team, das dann später den Kunden auch betreut. Das sind gewisse Nachteile, aber damit sieht der Kunde auch, welche Menschen hole ich mir denn eigentlich. Ja, ja, ja. Und wir sagen, damit dieses Serviceversprechen nicht irgendwie leeres Blabla ist, sagen wir, wenn das nicht eingehalten wird, dieses Premium-Level, dann kriegt der Kunde 5% wirklich gut geschrieben. Sehr cool. Des Projektvolumens, damit es nicht nur irgendwie so eine leere Aussage ist. Das kommt schon vor. Also es passiert, würde ich sagen, ein-, zweimal im Jahr von dann irgendwie von diesen 70 Projekten, dass das mal vorkommt. Das sind genau die Sachen, die schieflaufen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Ja, aber das klingt für mich, oder es ist so ehrlich, weißt du, weil das ist das reale Leben. Das ist ja auch eine menschliche Performance. Also wenn es mir einfach scheiße geht, weil ich ein privaten Thema habe, sorry, dann ist es halt, wirkt sich das natürlich aus. Absolut. Und dann hast du noch Krankheitsfälle dazu, und dann bricht dir mal so ein Team halt leider zusammen. Oder du hast Konflikte, die das Team gerade nicht hinkriegt, untereinander gut zu klären. Das ist das Thema Feedback-Kultur, über das ich vorhin gesprochen habe. Und dann hakt so ein Projekt mal, und dann spürt es auch irgendwann der Kunde, und dann ist einfach die Philosophie zu sagen, nee, lieber Kunde, wir sind dir in dem Projekt nicht gerecht geworden mit dem Anspruch, den du zu Recht an uns hast. Ja. Und dann kriegst du hier Geld. Ja, 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 krass. Bei 60 Leuten überlege ich mir, wirst du natürlich auch so Markenbotschafter brauchen, aus deinem Unternehmen, die einfach so, das so hart feiern, wie ihr drauf seid, eure Unternehmenskultur. Was macht denn ihr im Unternehmen dafür, dass aus euren Leuten Personal Brands werden, die es denn auch wollen, und in der Öffentlichkeit multiplizieren? Gibt es da ein Programm? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die ihr macht? Ja, wir haben da eigentlich, also wir machen das natürlich nicht so professionell, wie du das machst. Wir haben da zwei Felder. Das ist einmal so das ganze Thema Unternehmenskultur, also wo es darum geht, wie können wir denn diese ganzen Gedanken, die wir haben mit dem Thema Erfolg verglücklichen und den ganzen Experimenten, die wir hier machen, die abgefahrenen Sachen, wie können wir die nach außen tragen, um einfach das zu teilen? Das ist ja wirklich unsere Philosophie, gar nicht, dass wir da irgendwie was mit verdienen wollen, sondern eher dieses Ding haben, wir haben halt viel ausprobiert hier und es geht uns einfach damit, uns geht es damit gut, lasst uns die Sachen teilen, damit es auch irgendwie da draußen bei anderen Firmen besser gehen kann. Das ist so die eine, der eine Teil, und der andere Teil ist ja dann wirklich unsere Marketingseite, eher Richtung professionell und zum Business hin. und für beide Themen haben wir schon gefragt, im Unternehmen, wer hat denn Bock da drauf? Also wer will denn da irgendwie mehr zum vielleicht mal irgendwie Influencer werden oder Markenbotschafter werden? Und ja, das ist witzig, weil das ist gar nicht unbedingt speziell für diesen zweiten Teil, also für unsere Profession, Marketingkommunikation, gar nicht unbedingt so eine Riesenmenge an Leuten, die sagen, ich will damit irgendwie nach außen gehen und ich habe Bock, Vorträge zu halten und ich habe Bock irgendwie hier jeden zweiten Tag einen LinkedIn-Post zu machen. Das ist ganz interessant. Ja, das ist ganz interessant. Es ist gar nicht die Masse in einem Unternehmen, aber auch wenn wir mal auf Kundenseite wechseln, jetzt war ich damals ja in einem ähnlichen, also viele deiner Kunden kenne ich auch, in einem ähnlichen Bereich unterwegs. Ich vermisse so die Markenbotschafter, gerade im Bereich der Gesundheitswirtschaft in Deutschland. Wenn wir mal überlegen, Thema Unternehmenskultur, Thema Kommunikation im Unternehmen, ich sehe, dass das auch unbedingt im Marketing angesiedelt sein müsste, im Unternehmen, natürlich gelebt, natürlich auch von Vorstand, Geschäftsführern der Unternehmen, aber vielleicht kommt der Impuls und die Anregung aus dem Marketing, wie kann ich das machen, wie kann ich intern besser kommunizieren. Merkst du, dass da immer mehr Anfragen kommen, es gibt es da einen Change irgendwie, dass ihr nicht nur Produkte mit dem Marketing begleitet, sondern dass da auch im internen Marketing was passiert? Das nimmt zu, also die Veränderung nimmt schon zu zu sagen, lass uns mal Budgets auch Perspektive schieben von Produktebene auf eher eine Markenebene und Marke dann eben genau wie du sagst mit Menschen aufzuladen aus dem Unternehmen, die für die Marke stehen. Da merkt man eine Bewegung. Ich finde das auch total gut, weil ich glaube auch da draußen, die Leute sind echt müde von Produktkommunikation. Ja und man sieht es ja auch in anderen Branchen. Also wenn ich mir anschaue, damals Opel Kampagne mit Tina Müller war es glaube ich, dann steht dann wirklich eine Person für die Kampagne, für das Marketing, für den Change, den gerade die Marke macht. Es ist aber noch in den Anfängen bei uns in der Branche. Also das, was du sagst, ist eine gute Beobachtung. Also das ist noch nicht verbreitet. Der Standard ist schon noch produktbezogen. Ist es in deinen Augen auch so, dass diese Branche sich als letztes transformiert? Also ich muss sagen, also das ist zumindest meine Beobachtung, dass es sehr, wie soll ich sagen, es fühlt sich glaube ich für die Unternehmen sehr safe an, so wie es bisher lief. Also man merkt schon, dass Veränderungen stattfinden, aber in einer sehr langsamen Geschwindigkeit. Ja. Siehst du es ähnlich? Ja, also sehe ich komplett so. Also wenn du auch zum Beispiel digitale Transformationen anschaust, die ganzen Branchen da ist. Jetzt kommt seit ungefähr zwei, drei Jahren würde ich sagen, kommt eine Digital Health Welle. Also wir haben die so vor sechs, sieben Jahren irgendwie waren wir auf den ersten Konferenzen irgendwie in Paris und London dazu. Aber ganz viele von unseren Kunden fanden das noch eine komische Sache eher. Und wir sagten, das kommt für uns nicht so richtig. Und jetzt ist jedem klar, das kommt. Also in Deutschland haben wir jetzt auch mit dem digitalen Versorgungsgesetz, was jetzt gerade in die Umsetzung geht, da wird es jetzt richtig schöne Innovationen geben. Das ist jetzt alles schneller als irgendwie erwartet war. Und dann wird auch klar sein, ja, so ganz können wir das Thema nicht an uns vorbeigehen lassen. Und ich finde es gut, dass jetzt so diese Realisierung wirklich auch stattfindet. Was wir noch nicht haben, so richtig in der Breite, sind jetzt in Healthcare die Fälle, wo junge Firmen komplett Disruptionen betrieben haben. Und ich glaube, die braucht es erst noch, damit noch mehr aufwachen. Ja, ja. Ich glaube, das ist an der Stelle wichtig. Leider. Ich glaube, aber so ist halt nur menschliches Verhalten auch zu sagen, solange es nicht irgendwie unbequem ist, kann ich ja irgendwie so weitermachen wie bisher. Eine kurze Unterbrechung an dieser Stelle in eigener Sache und ich freue mich wirklich riesig, denn ab sofort kannst du dich in die Personal Branding Masterclass einschreiben. Diese Masterclass richtet sich ganz speziell an Unternehmer und Unternehmerinnen, die sich eine Eigenmarke, also eine Personal Brand aufbauen und mit einem residualen Einkommen, viele sagen auch passiven Einkommen, ihr Business skalieren wollen. Ich habe ein Neun-Wochen-Programm entwickelt. In diesen Neun-Wochen gehe ich jedem einzelnen Teilnehmer einmal die Woche so richtig auf die Nerven. Das heißt, es wird Einzel-Mentorings mit mir geben. Wir werden Live-Webinare zum Thema Podcasting haben, beispielsweise. Wir werden Arbeitsunterlagen und Checklisten haben, Ratgeber als E-Books. Es wird eine VIP-Facebook-Gruppe geben. Es gibt oder mehrere Masterclass-Online-Meetings. Bei mir ist einfach wichtig, dass die Leute, die in der Masterclass drin sind, quasi eine Peer-Group bilden und dass ihr euch untereinander helfen könnt. Das ist extrem wichtig für uns Unternehmer, dass wir so eine Gemeinschaft haben, in der wir wachsen können. Wenn euch das Thema interessiert, geht bitte ins Internet unter markenrebell.de slash personal minus branding minus Masterclass. Den Link findet ihr natürlich auch wie gewohnt in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Und jetzt geht es weiter hier. Viel Spaß. Das ist auch für mich so eine Überlegung, dass ich sage, okay, wie bereiten sich denn eigentlich jetzt die Unternehmen darauf vor? Also was passiert dann? Also nicht nur, indem wir reden drüber, sondern ich denke da an interne Vorträge oder auch an internen Podcast oder weißt du, dass einmal der Wissenstransfer stattfinden muss intern, auf welchem Weg auch immer, über das Intranet oder über den Blog oder sonst was. Auf der einen, auf der anderen Seite natürlich auch dieses Mentale, dieses wir gehen proaktiv in die Zukunft und wir warten nicht, bis irgendeine Disruptionswelle stattfindet oder ein Startup uns angreift oder so. Bis hin zum Bauen von vielleicht auch so kleinen Masterminds oder kleinen Inkubatoren, wo ich einfach teste und ausprobiere und lerne. Was ich bei euch toll finde, nur noch kurz den Satz, Spirit Link ist, es ist ja, ihr seid ja auch Technologie getrieben, du hast gesagt, du warst Zocker, wir waren Nerds, ihr habt gebaut bei Siemens und Co. Das heißt, ihr bringt ja diese Digitalkompetenzen mit. Ja, ja, momentan stark Marketing bezogen ist halt für uns gerade, dass wir drüber nachdenken, wie können wir eigentlich die Kompetenzen, die wir bei uns haben, hier so Technologie und dann aber auch UI, UX und auch das betriebswirtschaftliche, also die Business-Modelle, denke, den Kunden eigentlich zur Verfügung stellen für das Thema Digital Health. Also das ist halt gerade ein großer Gedanke, den wir uns machen, machen wir in Zukunft hier rein Marketing oder machen wir auch neue Geschäftsmodelle, die vielleicht nichts mehr mit Marketing direkt zu tun haben, wo wir eher den Kunden helfen, in neue digitale Geschäftsmodelle reinzugehen. Da machen wir gerade auch erste Experimente. Ich hatte jetzt gerade den Eindruck, dass wir da eher vor der Zeit waren, als wir letztes Jahr so ein Team gestartet, eine neue Marke, heißt Team 15, wo wir eben so Prototyping, Rapid Prototyping für Kunden anbieten und das war echt zäh, den Vertrieb da zu machen und die Marke aufzumachen. Ja, 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 das kenne ich auch. Vor allen Dingen, die, wie soll ich sagen, also uns ging es damals so, wir haben Entwicklungen gemacht, auch technologische Entwicklungen, Softwareentwicklungen und so weiter, wo du einfach dann mit der Zeit feststellst und sagst, okay, die Zeit ist noch nicht da und nach so drei oder fünf Jahren denkst du dir im Rückblick, oh krass, jetzt geht es gerade los. Aber du bist halt in diesem Innovationsdrang auch schnell gelangweilt von den Sachen. Du legst es zur Seite und denkst, okay, dann mache ich halt ein neues Projekt, hat nicht geklappt und dabei musste sich der Markt erst entwickeln. Und wenn dir bewusst ist, wie langsam diese Sanduhr einfach in dieser Branche, in diesem Markt in Deutschland läuft, dann musst du es eigentlich entwickeln, dann legst du das Ding irgendwie in so einem Brutschrank und holst es nach drei oder fünf Jahren raus und bist up to date. Wenn der Markt so weit ist, genau. Ja, absolut. Du hast vorhin auch was Cooles gesagt, Erfolg verglücklichen. Ja. Wer setzt das schon so bitte in Beziehung, also den Begriff würde ich mir an deiner Stelle sofort schützen lassen. Weißt du, also das ist das auch, was ich in deinem YouTube-Video gesehen habe, so in Vorbereitung jetzt auf unser Meeting heute. diese Kombination und diese Leichtigkeit, die du rüberbringst. Okay. Dass du sagst, hey, ich meine 60 Leute, das ist schon auch ein Tanker. Also es ist jetzt nicht mehr das kleine dynamische Schnellboot mit fünf bis zehn Leuten. Immer noch schlank, agil, aber schon ordentlich. Du beschreibst ja auch Prozesse, die dafür einfach notwendig sind, um diesen Dialog hinzukriegen im Unternehmen. Wie wichtig ist es für dich ganz persönlich, dass Erfolg mit diesem Glück zu tun hat? Oder gab es auch in deinem Leben einfach mal so ein Momentum, wo du gesagt hast, ich musste dieses Erfolg verglücklichen auch so für mich lernen? Also danke auch erstmal dafür deine Wertschätzung, dass es mit so einer Leichtigkeit rüberkommt. Das freut mich. Ich kann dir kurz die Geschichte erzählen, wie wir auf diese Wort, Kunstwort oder Kunstsatz-Aussage gekommen sind. Und zwar war das eine Phase, wo wir viele Anfragen hatten, die Agentur zu verkaufen. Das war so ungefähr zehn Jahre her. 2009, 2010, 2011 waren quasi alle Networks bei uns und wollten uns kaufen, weil damals digital und Healthcare super spannend war. Also digitales Marketing für Healthcare und das war genau unsere Positionierung und da würde ich schon sagen, waren wir einfach sehr vorne dabei in dem Markt und die wollten uns alle kaufen. Und witziger war, oder wir hatten eigentlich als Gründer immer so diesen Traum, der kommt, das machen wir doch. Wir gründen jetzt hier eine Agentur und in ein paar Jahren verkaufen wir das ganze Ding und sind dann Millionäre. War mal der Plan. Und dann haben wir diese Gespräche geführt, haben uns mit Unternehmern ausgetauscht, die auch verkauft hatten und haben dann wirklich diesen Prozess, wir hatten mit einem Network schon den Verkaufsprozess gestartet, echt zu letzter Sekunde abgeblasen und sind dann in eine Reflexion gegangen, warum wir das jetzt gemacht haben. Also die Entscheidung hat sich total richtig angefühlt und sind dann in eine Reflexion gegangen, warum wir es gemacht haben und der Punkt war der, dass wir gesagt haben, all das, was wir jetzt auch schon an Kultur besprochen haben, das wäre kaputt gegangen in dem Moment, wo wir verkauft hätten, weil in dem Moment, wo du zu so einem Network gehörst, ist halt die Eins nicht mehr das Thema Kundenzufriedenheit und die Zwei ist bei uns die Mitarbeiterzufriedenheit und die Drei ist die Rendite, sondern die Eins ist Investor und Wachstum, Revenue, Profit, wie auch immer, auf jeden Fall eine wirtschaftliche Kennzahl und die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, also die menschlichen Dimensionen, die stehen dann hinten und das war für uns so ein Punkt, wo wir gesagt haben, gut, dass wir es nicht gemacht haben und jetzt irgendwie mit dem Abstand merken, wissen wir halt auch, hey, das ist halt überhaupt kein Widerspruch, hier ein tolles Team an Menschen zu sein und gute Beziehungen zueinander und mit den Kunden zu haben und trotzdem können wir wirtschaftlich hoch erfolgreich sein. Und das ist ja auch so die Mission, die ich habe und die wir auch hier haben, zu sagen, komm, lass uns das auch nach außen tragen. Es gibt schon Überzeugungen da draußen gerade noch viele, dass man halt irgendwie leiden muss, um irgendwie erfolgreich zu sein, dass man halt nur irgendwie echt vorne mitspielen kann, wenn man halt auch Leute irgendwie schlecht behandelt und das ist halt so falsch von der Denke, finde ich und da will ich gern was dafür tun, dass da mehr Leute ins Nachdenken kommen, ob es nicht vielleicht auch anders geht. Also wir haben wirklich von ein paar Kennzahlen, die in unserer Branche so gesetzt sind, wie Projektarbeitszeit oder das Thema Personalkostenquote oder sowas, da liegen wir schlecht aus Perspektive und trotzdem ist unsere Profitabilität deutlich höher als die der meisten anderen Agenturen. Was man hier, ja, sorry. Wir machen es halt einfach anders und aus einer Schulbuchperspektive von Networks wahrscheinlich schlecht und trotzdem sind wir an vielen Stellen profitabler. Das ist ein eigenes Konzept, aber was ich raushöre, ist ein Reifegrad. Also diese Entscheidung musst du erst mal machen. In der Regel freuen die Unternehmensinhaber sich natürlich einen Ast ab, wenn sie hören, okay, ich kriege jetzt hier ein anständiges Angebot und könnte verkaufen. Was hat dich zu dieser Reife geführt? Also gab es irgendwie mal so einen Tiefpunkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, okay, ich muss jetzt eine Veränderung auch in mir persönlich stattfinden lassen, damit ich das Ding wieder auf Erfolgskurs kriege? Also ich kann ja mal ein bisschen was von diesen Krisen, die ich auch vorhin angesprochen habe, erzählen. Wir hatten zum Beispiel relativ schnell nach Gründung, das war so zwei Jahre nach Gründung, eine echte wirtschaftliche Krise, weil ich am Anfang sind wir ganz stark nur auf Wachstum gegangen. Warum? Ich glaube, das war echt mein Ego. Das war so dieses Ding, den Freunden und meinen Eltern und so erzählen können, dass es gut war, das Studium abzubrechen. Und das kann man am leichtesten begründen mit, wir sind jetzt fünf Festangestellte, wir sind acht Festangestellte, wir sind zwölf Festangestellte. Das ist am leichtesten, das ist viel leichter, als über irgendwelche Zahlen zu reden. Und da sind wir nur auf Wachstum gegangen und das war ein Riesenfehler. Da hat mich eines Tages die Bank angerufen und hat gesagt, Herr Hanauer, Sie sind insolvent, 2001. Und da wäre ich am nächsten Tag mit Kumpels in Urlaub geflogen und habe das abgesagt und habe das Wochenende mit dem Steuerberater zugebracht. Wir haben dann rausgefunden, wir sind halt nicht insolvent, aber es ist halt super, super knapp. Einfach halt echt so spitz auf knapp. Und dann haben wir das alles mit der Bank besprochen, die waren dann auch okay für die, happy waren die natürlich nicht. Und dann haben wir einfach daraus gelernt, naja, shit, so können wir nicht operieren. Also wir müssen da einfach mehr dafür tun, dass da irgendwie eine schwarze Null steht. Und nach und nach haben wir dann gelernt, nee, es ist eigentlich schon schlau, da irgendwie ein bisschen Gewinne zu machen. Und dann haben wir halt irgendwann diesen Punkt entwickelt, nee, warum müssen wir das dann irgendwie so balancieren lassen? Wir haben doch einfach sagen, wir haben wirklich diese Fans als Kunden, also diese oberste Kennzahl der Kundenzufriedenheit. Und mindestens 66 Prozent unserer Kunden sollen wirklich Fans sein. Lasst uns sagen, zweite Kennzahl, dass unsere Mitarbeiter hier super zufrieden sind. Das messen wir über Great Place to Work. Das ist ein Institut, wo du so ein anonymes Benchmarking mitmachen kannst. Das machen in Deutschland so 600 Unternehmen mit. Und da waren wir jetzt sieben Jahre in Folge so unter Deutschlands besten Arbeitgebern. Letztes Jahr Platz 1 in Bayern und so. Und darüber messen wir das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Und drittens dann eben die Umsatzrendite. Und ich glaube, dass die eigentlich aus der Eins und der Zwei automatisch kommt. Und das war eigentlich immer so, dass wenn unsere Kunden super happy waren, unser Team happy war, das hängt auch ganz eng miteinander zusammen, dann sind wir auch echt profitabel unterwegs. Und dann läuft das ein bisschen wie von alleine. Du musst halt eher auf den Rahmen und auf die Werte und die Kultur achten. Das ist also mein unternehmerisches Wirken, was ich auch stark tue. Also das war mal diese eine Niederlage, so dieses Ding, nee, so funktioniert es nicht, Markus. Und dann gab es einfach im Verlauf am Anfang schon so eine starke, immer wieder menschliche Niederlagen, wo ich gemerkt habe, shit, da bin ich als Mensch noch überhaupt nicht reif genug dafür. Es gab zum Beispiel relativ schnell nach Gründung einen massiven Konflikt zwischen zwei Mitgründern, zwei Kumpels von mir. Und da war ich eben 21, 22. Ich war da überhaupt nicht in der Lage, das irgendwie gut zu moderieren, da meine Gefühle auch irgendwie selber zu verstehen, auszudrücken, was da gerade passiert, gute Gespräche zu führen. Ich habe mich da eher so jugendlich reif gefühlt und dementsprechend war ich halt nicht bereit dafür, das irgendwie gut zu klären. Hat auch echt viele Schmerzen hinterlassen. Ich bin da total froh, dass das jetzt mit Zeit einfach wieder und dann Zunahme von Reifen, von Reifen von allen Personen echt sich wieder auf so einem coolen Level bewegt hat. Aber das war schon auch schmerzhaft an der Stelle. Und dann gab es auch noch mal so 2008 auch noch mal so einen echten Niederschlag für uns. Wir hatten so einen relativ intensiven IT-Teil mit so 20 Leuten und der war komplett abhängig von Siemens. Und dann gab es bei Siemens ein großes Sparprogramm. Und da mussten wir wirklich von diesen 20 Leuten 15 entlassen, relativ kurzfristig. Und das war schon auch noch mal für mich so ein Schlag, so, ah, shit. Da bin ich einfach, weißt du, ich war da so getrieben von, wir halten alles zusammen und wir machen eine Marke. Und das war, glaube ich, wirklich ein Fehler von mir zu sagen, ich hätte lieber eine zweite Marke draus machen sollen, Gemeinschaft schwächen, scheinbar, und lieber irgendwie eine zweite Marke aufbauen, die selber an den Markt gehen kann und sich selber neue Kunden aufbaut, als zu sagen, nee, wir lassen das mal hier alles unter einem Dach und haben eine Story, die eigentlich nicht so richtig stimmig war, weil wir zwei unterschiedliche Geschäfte am Laufen hatten. Und das war für mich auch noch mal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, na, das ist halt wieder eine Aufgabe, da an mir zu arbeiten, zu überlegen, wie kann ich mich eigentlich weiterentwickeln, damit ich hier ein besserer Unternehmer sein kann, im Sinne mir selbst und im Sinne der Kunden und des Teams. Ja, ja. Lass mich das, lass mich das ganz kurz nochmal festhalten, weil das finde ich super wertvoll jetzt auch für alle, die dir zuhören, dass du die Gewinnmaximierung nicht mehr an den Anfang stellst, ja, also nicht um jeden Preis die Kohle zu schaffeln, sondern wirklich zu sagen, ich wachse und damit kommt das Geld, ja, der finanzielle Erfolg natürlich einher, ich wachse an mir selbst oder versuche mich persönlich weiterzuentwickeln und die Folge daraus ist dann natürlich die Steigerung des Unternehmens oder der Geschäftszahlen, das finde ich sehr cool. Ja, und so eine vierte Wachstumskomponente war halt noch ganz stark so dieser Punkt, ich komme aus einer ziemlich harmoniefokussierten Familie, also ich habe daheim nicht Streit gelernt, ja, oder Konflikt gelernt und entsprechend habe ich halt auch geführt, so die ersten Jahre und wenn es dann Leute gab, wo ich halt dann so gemerkt habe, ah Mist, das passt aber irgendwie vom Verhalten nicht oder das passt auch von der Leistung nicht, dann bin ich halt mit denen in sehr, sehr sanfte Gespräche gegangen und die waren sanft gemeint, aber die waren unklar, hauptsächlich waren die unklar und ich habe den Menschen nicht die Chance gegeben zu sagen, hey, ich glaube, wenn du dich da und dann, ich habe echt den Wunsch, dass du dich da und dann weiterentwickelst in Sachen Programmierung, sonst können wir dich nicht auf den Projekten einsetzen, also ich hatte da ein anderes Gefühl im Forschungssprech zu der Leistung, die ich jetzt irgendwie von dir sehe, wo dann liegt das denn, ist das vielleicht irgendwie ein Problem bei dir oder passt vielleicht wirklich vom Skilllevel nicht, das habe ich alles so klar nicht gemacht, sondern dann war ich halt immer so dieses Sandwich-Feeds, mit Geschichten, ach, ich freue mich übrigens, dass du hier bist und naja, vielleicht könntest du dich ja noch ein bisschen bei Flash-Programmierung weiterentwickeln, aber toll war, dass sie wieder gestern wie blablabla und dann kommt natürlich nichts bei den Leuten an und da habe ich gemerkt, ich wollte Harmonie erzeugen, aber habe ziemlich, ich wollte menschlich sein, aber ich war nicht menschlich, weil diese Nichtklarheit den Leuten die Chance genommen hat, zu wissen, dass was nicht passt und wenn dann irgendwann die Kündigung kam, dann hatte ich das Gefühl, ich habe die doch vorgewarnt und ich habe doch mit denen auch schon gesprochen, aber ich hatte nicht mit denen gesprochen, und das war ein Schutz mir selber gegenüber zu sagen, ich habe es doch gemacht, aber ich habe es de facto nicht gemacht, weil ich den Leuten keine Klarheit gegeben habe. Das war für mich auch eine Wachstumskurve, so dieses Thema, wie geht man besser mit Menschen in einen klaren Dialog und man kann sehr klar sein und sehr menschlich und warm sein. Den Denkfehler hatte ich lange Zeit, dass das so ein Widerspruch ist, aber es ist ein Unterschied, ob ich kalt und klar bin oder ob ich warm und klar bin. Ja, wow, wichtiges Learning. Vielen Dank auch nochmal für deine Offenheit, also das wirklich transparent zu machen und sich das selbst einzugestehen und zu sagen, genau an diesen Dingen bin ich gewachsen. Sehr cool. Markus, ich schaue ein bisschen auf die Uhr, ich wünsche mir einfach eine zweite Folge mit dir hier im Markenrebell-Podcast. Gerne. Ich würde nämlich gerne noch unsere Personal Insights-Runde machen mit dir. Bevor wir da reingehen, noch die Frage an dich, gibt es gerade so ein Passion Project, wo du gerade sagst, hey, da springe ich morgens aus dem Bett, dafür brenne ich gerade, das will ich gerade vorantreiben. Gibt es so ein Ding? Ja, wir haben letztes Jahr so eine ziemlich verrückte Geschichte gestartet, die wir jetzt gerade noch weiter treiben. Wir haben so die ganzen Abteilungen aufgelöst, wir haben unsere Rollen abgeschafft und haben komplett auf so ein Kompetenzmodell umgebaut, dass die Teams sich über Kompetenzen, über so ein Tool finden, wo sie selber sagen können, wer kann denn das und das und dann können die Leute über so ein Ampelsystem selber regeln, bin ich gerade grün, gelb oder rot, kurzfristig und langfristig und haben in dem Kontext noch gleichzeitig Freie Führungskräfte-Wahl eingeführt. Und das war natürlich so ein Mega-Change, ziemlich radikal, den wir jetzt gerade weiter noch treiben, der aber total Spaß macht. Also das ist gerade mein Passion Project, so unser Organisationsumbau hin zu mehr Eigenverantwortung und weg von Starnstrukturen. Sehr geil. Wir machen den Podcast jetzt interaktiv. Wir rufen euch da draußen auf, die jetzt zuhört, einfach eure Meinung abzugeben. Das könnt ihr ganz einfach machen über die markenrebell.de-Seite, über den WhatsApp-Button mir einfach schreiben, dass wir hier eine Fortsetzung machen, ist eh klar, glaube ich, Markus, machen wir eh. Gerne, habe ich Bock. Aber zu welchem Thema, das könnt ihr dort reinschreiben. Wir packen natürlich auch die Kontaktdaten von dir, Markus, das sind die Show Notes. Du kannst sie aber jetzt gleich nochmal nennen, sodass ihr auch mit dem Markus direkt Kontakt aufnehmen könnt, wenn euch ein Thema besonders interessiert. Gerne. Also das ist, meine Mailadresse ist Markus mit K Punkt Hanauer at Spirit Link in einem Wort wie der Geist und die Verbindung und sonst könnt ihr mich auch gerne anrufen. Das ist 09131 für Erlangen 977 920. Super. Freue mich auf euch. Sonst auch Xing LinkedIn gerne. Ja, genau. Mit dir kann man sich gut vernetzen. Du bist überall dabei. Okay, dann starten wir unsere Personal Insights-Runde mit der Frage 1. Das ist unser, der beliebte Elevator Pitch. Kannst du uns in wenigen Sätzen sagen, wer bist du und was macht dich aus? Mein Kern ist echt dieses Thema Gemeinschaft schaffen. Sieht man an so Sachen, dass ich zu meinem 40. Geburtstag zum Beispiel ein privates Barcamp gemacht habe und dann abends eine Party. Sehr geil. Weil ich Gemeinschaft schaffen wollte zwischen den Menschen in meinem Freundeskreis, die sich vielleicht nicht so gut kennen und hat gut funktioniert. Aber das ist so ein bisschen so ein Experiment gewesen und sowas mache ich einfach gerne und das mache ich halt hier in der Arbeit auch die ganze Zeit, so ein Zeug. Ja, aber genial. Also ich finde einfach genial, wenn sich das so, das ganze Konzept, also wenn man dich so erlebt und jetzt kennenlernt auch, ja, mit Spirit Link, also auch von der Namensgebung her, du lebst das halt tatsächlich auch. Ja, schön. Das ist keine Fiktion, sondern es ist halt ein Konzept. Ja, sehr cool. Gerne. Was würde uns an dir überraschen? Hast du irgendwie so einen besonderen Spleen oder eine Eigenart? Bestimmt. Bestimmt. Also was ich, was manche Leute eigenartig finden, ist meine Kombination von Sport. Ich habe nicht so, leider nicht so einen Spaßzugang zu Sport gefunden, Skifahren schon, aber sonst echt tue ich mir schwer, aber ich merke, wie gut es mir tut und ich zocke, während ich auf meinem Ergometer sitze. Dreimal die Woche setze ich mich morgens 45 Minuten auf dem Ergometer und zocke nebenher. Wie geil ist das? Das ist immer ein schöner Spiel. Erzeugst du auch gleichzeitig Strom für deine Konsole? Für meinen Gaming-Rechner, genau. Sehr coole Idee. Welches war das schönste Kompliment, das dir jemand einmal gemacht hat? Was ganz schöne Komplimente sind, das ist jetzt nicht ein Konkretes. Das sind Feedbacks hier von Leuten aus dem Kollegenkreis oder auch von Freunden, die ich schaffe zu inspirieren, anders an Beziehungen ranzugehen. Das finde ich extrem schön. Also mir hat ein Kollege hier zum Beispiel mal gesagt, dass dieses ganze Feedback, was wir hier irgendwie so kultivieren und auch trainieren mit den Leuten, dass das sein Privatleben total verändert hat, dass er bessere Beziehungen seitdem führt und dass es seine Beziehung zu seiner Frau verändert hat. Das hat mich bewegt. Stark. Weil dann bin ich wieder bei meinem Kern und wenn ich da merke, ich kann da eine Wirkung erzielen, die dann so weit reicht, das freut mich sehr. Ja. Ich denke, das ist auch ein interessanter Change, auch wieder ein tolles Thema für den nächsten Podcast. Wieso wir eine Grenze ziehen, also Privat- und Berufsleben. Also es ist da nicht ein Verschmelzen. Total. Es ist ein Einmensch, ja. Ja, genau. Auf was könntest du in deinem Leben nicht verzichten? Klar, meine Frau, meine Familie ist schon ein totaler Kern. Das ist mir das Wichtigste, klar. und dann habe ich halt meine irgendwie Hobbys und Freunde und mein Ergometer mit ins Wort. Mein Ergometer. Die Reihenfolge war jetzt wichtig. Ja, ja, genau. Das ist als kurze Schuss. Wofür würdest du mitten in der Nacht aufstehen? Für einen Freund, der irgendwie Hilfe braucht. Ich stehe oft genug für meine Kinder gerade nachts aus. Das ist auch total fein. Persönliche Weiterentwicklung ist mir auch so eine Geschichte. Also wenn ich irgendwie nachts aufstehen könnte, um irgendwie ein mega inspirierendes Gespräch mit jemandem zu haben, würde ich das auch machen. Welche Entscheidungen in deinem Leben würdest du im Nachhinein dann rückgängig machen wollen? Ich glaube, ich habe da diese Anfangsentscheidungen, Gründung der Firma, ich würde sie nicht rückgängig machen wollen. Das hat Schmerzen erzeugt und gleichzeitig habe ich da echt total viel gelernt und auch diese Beziehung, mit den zwei Freunden, die dann echt schwierig waren. Das hat auch mir total viel weitergebracht. Ich habe generell eigentlich nicht die Einstellung, dass ich was rückgängig machen will. Ich sehe es eher die Lernchancen. Ich sage jetzt, ich will nichts rückgängig machen. Ich habe genug Fehler gemacht. Also so soll es nicht rüberkommen. Und ich mache weiterhin genug Fehler. Aber ich habe gar nicht das Ding, dass ich die zurückspulen will. Ich schaue dann eher, dass ich die Lernchancen erkenne und das Wachstum erkenne. Ja, sehr cool. Wenn du eine berühmte Persönlichkeit, egal ob lebendig oder tot, treffen dürftest, wer wäre das und warum? Jetzt gerade, glaube ich, Eckart Tolle. Den höre ich gerade und finde den gerade total inspirierend. Ja, ja. Sonst den Dalai Lama und Barack Obama. Ja. Ja, sehr cool. Welchen Beruf haben Sie deine Eltern für dich gewünscht oder vorgestellt? Das weiß ich gar nicht. Gab es eine Vorgabe? Nee, ich glaube, denen war schon klar, dass ich nicht Lehrer werde, weil ich war, ich hatte immer total Schiss vor diesem Thema eine Autorität sein, weil ich mir das, da war ich von meiner Person so weit weg. Nee, ich glaube, die hatten, das ist halt auch so geil, aber meine Eltern, dass die mich so damals in der Phase unterstützt haben, die haben nicht gesagt, so mach das nicht, mach das, sondern die haben geschaut, die haben diese Energie gespürt bei mir, dass ich das machen will und haben dann gesagt, komm, wir sind für dich da und mach das, aber die haben mir da nicht reingeredet oder so und das finde ich, bin ich denen halt mega dankbar für, dass sie das so gemacht haben und dass sie mich nicht gedrängt haben in irgendeine Richtung. Ja, schön. Ist auch wichtig, denke ich, gerade wenn man selbst Eltern ist. Ja, total, total. Das ist auch so meine Fantasie, wenn ich hier an die Kinder denke und hier das Unternehmen, wir haben alle, alle vier haben wir null die Fantasie, dass unsere Kinder irgendwann hier das Unternehmen leiten. Genau, ja. Ja, man ist so der Begleiter, ne, der Kinder. Genau, genau. Schön. Welches Buch hatte für dich einen großen Mehrwert? Oh, viele. Ich lese auch viel, also das ist vielleicht auch ein Sprint von mir. Ich kann total gut im Urlaub sitzen und ein Hardcore-Psychologie- oder Philosophie-Buch lesen. Das Letzte, was mich gerade mega inspiriert, war The Art of Gathering von Pryor Parker. Da geht es um das Thema, also der Untertitel ist How We Meet in White Matters. Fand ich mega inspirierend, müsste man aber nochmal ein bisschen separat drauf eingehen oder nochmal extra drauf eingehen. Ja, wir packen es auf jeden Fall in die Show Notes, dass die Leute sich dann anschauen können. Super, gut, das Buch. Ja, sehr cool. Welche drei Interviewgäste kannst du uns empfehlen? Wen würdest du hier im Marken-Rebell-Podcast selbst gerne mal hören? Du bist ja übrigens auch, da können wir gleich noch einen netten Gruß an Dr. Florian Hofmann rausschicken, Apotheker, der dich empfohlen hat hier. Danke, Flo. Genau, liebe Grüße an dich. Danke dir, liebe Grüße, genau. Also ich habe schon zwei, die ich dir empfehlen kann und über den dritten denke ich noch nach. Das eine ist mein Schwager, Max, der sehr konsequent sein Leben umgestellt hat auf die vier Stunden Woche. Ja, sehr geil. Jetzt gerade auch ein Buch dazu geschrieben hat und demnächst veröffentlicht, der einen ganz spannenden Lebenswandel durchgemacht hat, von sehr Kohle fokussiert am Anfang, wo ich ihn kennengelernt habe und sehr, sehr Business fokussiert zu sehr, sehr wesentlichen Punkten, auf die er zurückgekehrt ist und ein ganz spannendes Leben führt, der für mich auch sehr, sehr eine Inspirationsquelle ist, mein Schwager. Der müsste dir richtig Spaß machen, glaube ich. Ja, connect uns mal, das ist sehr cool. Mach ich gerne. Und das andere ist der Coach, mit dem ich seit sieben Jahren arbeite, der Marc Minor. Über den ich wahnsinnig viel gelernt habe, was so systemische Denkweisen angeht, Gemeinschaft schaffen, an Methodik auch. Da haben wir wahnsinnig viel von ihm gelernt, was wir vorher, glaube ich, schon immer so in unserer Kultur hatten und an den Gedanken auch hatten, aber was wir durch ihn einfach nochmal stark professionalisiert haben. Und ich glaube, der hat auch so Gedankenmodelle und so Denkmodelle, die dir und den Hörern einfach auch Spaß machen könnten. Ja, super. Auch, dass du sagst, genau, dass ihr euch da einfach auch begleiten lasst, weil die Reflexion von außen halt immer nochmal was anderes ist, als dass man das aus eigener Kraft hinkriegt. Ja, oft genug gibt es die Sachen, die wir nicht hinkriegen. Das ist, finde ich, was ganz Wichtiges, was du sagst. Ja. Markus, wir sind schon am Ende unseres Interviews angekommen. Es war mal wieder, muss ich ja sagen, oder darf ich sagen, ein Fest mit dir. Mir auch. Ich freue mich auf eine Fortsetzung und ich würde gerne dir das Schlusswort überlassen mit der Frage, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, was wäre das? Also dann erstmal ein Danke auch an dich und an die Hörer, an eure Zeit. Sehr gerne. Wenn ich eine Sache verändern wollen dürfte, ich glaube, ich bin hier bei dem ganzen Ding dabei, weil ich glaube, dass wir eine bessere Welt erzeugen können, indem wir Arbeit umdenken und zwar wirklich umdenken, nicht mit Kicker-New-Work-Gedanken, sondern neu drüber nachdenken, wie können wir Gemeinschaften schaffen, die sich wirklich stärken, wo Menschen Mensch sein können und die trotzdem erfolgreich sein können oder eben gerade deswegen erfolgreich sind. Das würde ich gerne verändern. Schön. Das lassen wir genauso stehen. Danke, Markus, für dieses Gespräch. Danke, Norman.